Den Koffer, Santos. Im Leben nicht! Hallo Mädels! Das ist unser letzter Bodyshot-Abend und jetzt salzen wir dich ein. Scheiß auf die Liebe. Ich finde sie ist überholt für die Lesben des 21. Jahrhunderts. Das Outfit geht gar nicht. Ich komme aus dem Büro. Ich komme aus Jolido. Zehe ich mich deswegen so an? Ich will mich hier nicht prostituieren. Ich verreise. Ich auch? Das war mein Plan. Wo fährst du hin? Tallahassee, Florida. Ich bin so unglücklich. Und genau deshalb verreisen wir zusammen, Babe. Wir regeln unseren Scheiß und scheißen auf den Rest. Curly's Drive-Away, Pennsylvania's Top-Agentur für Autoüberführung. Curly will uns! Nennen Sie mich nicht Curly. Ist Ihr Name nicht Curly? Mein Name ist Curly, aber wir kennen uns nicht. Ist mir zu vertraulich. Wir wollen den Wagen holen. Moment. Sie riefen wegen einer Überführung nach Tallahassee an. Und dann kamen diese Bräute hier rein und sagten, sie wollen nach Tallahassee. Jetzt fahren die den Wagen anstelle von ihnen. Ist das schlimm? Nur dann, wenn sie die Ware finden. Was? Wir müssen nachsehen, was drin ist. Bestimmt verschlossen. Ich verstehe hier, dass Sie unglücklich sind, Sir. Wir werden das Paket finden und liefern. Wir wollen nur Ihre Freundinnen. Dir fehlt das Gespür für Menschen, was in der Dienstleistungsbranche ein verdammtes Mango ist. Haben die zwei Creeps euch gefunden? Die wissen, dass wir ihr Zeug haben. Wir könnten Geld verlangen. Profit rausschlagen. Wird nach den beiden jetzt gefahndet? Oh nein, Sie haben nichts zu befürchten. Ich helfe dir, einen riesen Mordfall aufzuklären. Das ist das dümmste, was ich je gehört habe. Und ich bin ein Kopf. Wir sind sie. Demokratinnen. Wow, dann hattet ihr ja einen vollen Tag. Lief. fluctuations. Vielen Dank.